Saisonal, regional, bio und fair Die Evangelische Akademie Bad Boll am Fuß der Schwäbischen Alb ist nicht nur für ihre aufsehenerregenden Tagungen bekannt, sondern auch für ihre nachhaltige Küche. Das Akademiekochbuch bietet rund 80 Rezepte, mit denen Sie die leckeren Speisen aus Bad Boll einfach nachkochen können. Die Vorhaupt- und Nachspeisen sind nach Jahreszeiten geordnet und schön bebildert. Porträts der regionalen Zulieferer und Texte, die zum Nachdenken übers Essen und Geld, Umweltschutz und Landwirtschaft einladen, runden das Buch ab. Saisonal, regional, bio und fair – Ihre Evangelische Akademie Bad Boll